Herzlich Willkommen auf der Kosmetika Hannover. Ich begrüße euch heute auf der Kosmetika in Hannover. Hallo, wir sind hier auf der Kosmetika in Hannover und wir freuen uns unglaublich. Besonders freuen wir uns natürlich, dass unsere eigenen Produkte aus der Dittix-Serie so super gut ankommen. Ich würde euch gerne unseren Stand vorstellen und zwar präsentieren wir hier die neue Sensation mit dem Melka-Plantierer. Mittlerweile haben wir unsere eigene Technik mit Holzspannen, mit Fließstreifen. Wir haben uns da weiterentwickelt, wir haben eigene Produkte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde alle eins zu sehen, wie wir ihnen nicht alle Fälle mit dem Koffer halten. Die Koffer haben sie einen Frage nach. Wir sehen uns beim Anschluss, Inherלל aus dem Koffer. Wir sehen uns beim Anschluss mit Pushkarren. wir sehen uns zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim Köperen. Bis zum nächsten Mal.